Das geht ab, meine Freunde. Ich bin in Griechenland. Meine Lady hat mir einen Geburtstagstrip geschenkt und ich gehe jetzt mal ins Hotel rein. Es war eine 2 Stunden und 5 Minuten Reise, sehr kurz. Wir waren innerhalb 10 Minuten beim Hotel. Mein Bad ist ein bisschen wuselig, aber jetzt gehen wir mal rein. Was ist das eigentlich? Wow! Das war super. Und das habe ich dann. Ich habe das. Ich habe das. Ich habe das. Ich habe das. Dann, dann, dann. Ich werde 30. Spaß. Geh mal weiter. Nichts Spaß. Es ist so warm. Oh. Ich habe jetzt mit wenigstens. Ich erzähle doch nichts. Ah, ich kann nicht rauchen. Das sieht richtig aus. So und ich habe hier nochmal Hunger. Was gibt es denn da? Ich bin Käthe mit Hunger. Ich bin Käthe mit Teufel. Ich bin Käthe raus. Oder einfach für zwei. Baby. Ich glaube ich nehme Gyros für zwei. Oder willst du Pizza? Gyros für zwei. Und dann ist... Okay, ich nehme ein Draft Mythos. Das ist sicher ein griechisches Bier. Geil. Und was willst du zu trinken? Wenn ich nicht. Dann schau mal. Und ich rufe dann doch ab. So, wir haben uns Essen bestellt. Das Bier ist da. Ein Lemon Marguerite ist da. Und unsere Karte für zwei. Wie schmeckt es dir Baby? Oh lecker. Ich war schon im Pool. Ich bin komplett nass. Aber es ist super angenehm. Schauen wir mal wie das Essen schmeckt. Wir haben gegessen. Jetzt relaxen wir ein bisschen. Und ich denke wir gehen noch ein bisschen raus spazieren. Die ganze Zeit hat mir die Musik. So. Wir gehen jetzt ein bisschen raus. Wir gehen spazieren. Nein. Ich ruhe mir meine Urlaubstigaretten. Und dann bestellen wir uns noch was zum Essen. Nein. Oh ja. Ich habe kein Hunger. Du hast kein Hunger. Nein, ich mag das Fleisch. Ich würde es wegschmeißen. Ja. Ja. Schwing schon. Das andere Zeichen ist für mich gestorben. Das ist nicht für mich gestorben. Doch. Das haben sicher FPÖ-Wählung gebracht. Hast du jetzt deine Schlüssel? Meine Karte ja. Hast du deine? Ja. Ja. Geh mal. Das Licht. Kennst du? Ja, aber wo ist das an, oder? Welches? Oh mein Gott, die sind alle komisch geschaffen. Wie schalte ich das jetzt an? Ja, okay. Warte. Die sollten vielleicht zusperren. Keine Ahnung, wie man da zusperrt. Vielleicht mal von der Vitrine. Komm mal testen mit deiner Karte. Was ist denn da? Ah, da kann man eh lauten. Wieso klopft sie dann zwei Stunden? Weil sie behindert ist. Okay, ich zeige. Ich ahne. Ich bin du, ich bin du. So gehe ich nicht. Nicht so. Nicht so. Hallo. Hallo. Oh, schal. So wie man im Minimarket. Das ist so und dann. Wieso, aber so wie immer. Stimmt, die Bibelkette ist dort. Wir haben uns Weißwein gekauft. Ich habe dann Süßen. Fanta. Deutsche Zigaretten gekauft. Ich habe mir griechische Zigaretten gekauft. Menthol, Lehm. Hast du jetzt die ganze Zeit keine Maske getragen? Yes. Hallo, 50 Euro. Gut. Sie müssen die ganze Zeit die Maske tragen. Sonst sagt man 150 Euro Straße. Wenn die Polizei dich erwischt. Okay. So, wir sitzen ein bisschen am Stand. Dort hinten geht die Party ab. Und hier mein ganzes Stand, Jungs. Hallo, hallo, hallo. Mir wird kalt. Das ist noch eine Pizza. Ich gehöne nicht nur noch so hart. Schauen wir mal. Gib mir morgen Party machen. Morgen? Wie morgen ist Essen? Wie morgen? Wie lange ist es? Ja, wir sind hier noch mal. Ich habe auch da auf dem Weg. Ich weiß nicht. Ich bin nur für Spaziermann und wir schauen. Wie die Party. Du bist arg nicht? Ich weiß nicht, aber wie ist es denn? Das ist arg gut sein. Das ist Tagboot sein. Ich weiß nicht, aber wie ist es denn? Zeit. Die besten sind wie die Schuhe. Wir können ja die Schuhe nehmen. Wir sind wieder zu Hause und das ist mal unsere Ausbeute vom kleinen Market. Einmal Fanta, Orange, ein Proteinshake. Dann hau ich mir morgen auf Ruhe an. Ein Weißwein, ein Medium Süßen, eineinhalb Liter. Zum Beispiel mit Fanta, Corona, mein Lieblingsbier. Auch wenn mein ältester Bruder mir gesagt hat, Wieselburger ist das Beste. Ich mag Corona und wenn ich ein Kind bin, Desperados. Und von seinem kleinen Hunger kommt Mini Big Rolls BBQ. So, das schnell in den Kühlschrank. Und dann chill ich mich aus zu Nanas und wir lassen den Abend ausklingen. Aber davor kommt noch eine Pizza. Ja. Aber welche werde ich mir bestellen? Ja, Bibi. Ich komme schon. Ich komme schon, Bibi. Du filmen, wo bist du? Schau, wo sie ist. Mein Bibi. Was hast du gefilmt? Unsere Ausbeute. Und dich. Warte. Spaß, gell? Ja. Ich gebe noch die Sachen in Kühlschrank, dann komme ich, Bibi. Okay. Dann überlegen wir uns welche Pizza wir bestellen. Ich würde ja noch. Willst du noch was? Nein. Nein? Wann? Ich würde schlafen. Bei Bibi. Aber wir müssen an NBA schauen. Oder NFL. Schauen wir mal. Wir sind schon todmüde, wir haben ein bisschen länger darauf gewartet. So, hier ist schon die Pizza. Da ist mein Crepe mit Schoko und Erdbeeren. Und die Pizza, die auch ziemlich gut ist. So, das war's für den ersten Tag. Danke für's Anschalten. Ich wünsche euch einen guten Morgen, einen schönen Mittag oder eine gute Nacht, wenn auch immer ihr euch dieses Video anseht. Morgen wird Nanas und ich auf den Strand gehen. Wir werden chillen. Wir werden uns selber Cocktails machen. Wir werden Drinks machen. Am Pool chillen. Am Strand chillen. Und am Abend vorsichtig fortgehen. Aber da werde ich euch auch mitnehmen. So. Gute Nacht. Peace.